Hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, da bin ich wieder. Ich bin über die Ostertage verhindert gewesen. Habe mir auch einen schönen Sonnenbrand abgeholt, wie man sehen kann. Es war auch mal schön, drei Tage nicht am Chart zu hocken. Ja, musste auch auf jeden Fall mal sein. Wir haben die ein oder andere Bewegung gesehen. Es gab ein kleines Pump and Dump, beziehungsweise so ein Dump and Bounce Back. Je nachdem, wie man es nennen möchte. Aber grundsätzlich sind wir eigentlich ungefähr beim gleichen Stand wie auch eben vor Ostern. Jetzt habe ich hier aber einen interessanten Artikel für euch. Denn der besagt, Fondsmanager Gold auf 31.000 Dollar pro Unze natürlich. Bitcoin über eine Million Dollar. Genau war da die Rede von 1,3 Millionen. Und ja, genau diese exakten Zahlen habe ich tatsächlich von unterschiedlichen Artikeln, unterschiedlichen Berichterstattern gesehen. Es waren immer die gleichen Zahlen. Von daher wollen wir das Ganze doch mal durch die ganzen Geschichte auf den Grund gehen. Ob da tatsächlich was dran ist und wird das gegebenenfalls diese Zahlen demnächst oder ja, vielleicht im Long Term dann tatsächlich erreichen können. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Ja, bevor es losgeht, heute ist wieder Dienstag. Ich werde heute Abend nochmal den Stream wahrscheinlich spontan anschmeißen, da ich heute Abend auch nochmal unterwegs bin. Es wird wahrscheinlich eher auf 18 Uhr statt 19 Uhr hinauslaufen. Müsste einfach schauen. Ich kann noch nicht 100% versprechen, ob ich es schaffe, aber wahrscheinlich schon. Und dann wird es auf jeden Fall auf 18 Uhr hinauslaufen, nicht 19 Uhr. Gut, gehen wir den Artikel durch. Ja, im Artikel geht es eben um den Konflikt zwischen Russland und Ukraine, was natürlich in der Welt passiert, was das mit den Finanzmärkten und so weiter macht. Viele flüchten dann natürlich auch von Edelmetalle und insbesondere Staaten, Zentralbanken und so weiter, werden natürlich mehr dann in Gold und mittlerweile gegebenenfalls auch in Bitcoin aufstocken als Reservewährung. Und darauf beruht dieser Artikel, denn die Fondsmanager von VanEck haben untersucht, wie sich diese neue Landschaft auf die Finanzmärkte und die Zusammensetzung der Reservewährung auswirken wird, da die Länder versuchen, ihre Bestände zu diversifizieren. Natalia Gurushina und Eric Fein, die Autoren des aktuellen Berichts, sehen angesichts des aktuellen Trends ein erhebliches Aufwärtspotenzial für Bitcoin und Gold. Die Quintessenz ist, dass der Aufwärtstrend für Gold und Bitcoin potenziell dramatisch ist. Goldpreise von rund 31.000 Dollar pro Unser, also ein gutes 15x ist da noch drin für uns und potenzielle Bitcoinpreise von rund 1,3 Millionen Dollar sind denkbar. So wie Analysten in ihrem Bericht, Edelmetalle sind das ursprüngliche Reserveasset, aber Kryptowährungen sind eine mögliche Ergänzung, Ersatz, Portionen. Ja, dem stimme ich definitiv zu. Da fangen ja auch einige institutionelle Unternehmen mit an, wie jetzt zum Beispiel auch Terra Luna. Das macht, dass sie eben ihre eigene Währung, ihre eigenen Stablecoins jetzt durch einen Bitcoin-Standard versucht zu deckeln, was ich persönlich einerseits auch risikoreich sehe, grundsätzlich immer eine gute Sache und das eben auch genau das erfüllt, was eben dieses Buch auch sagt, der Bitcoin-Standard, dass es sein kann, dass wir irgendwann eben tatsächlich zu einem Bitcoin-Standard kommen und Unternehmen, Staaten, Länder, Zentralbanken anfangen werden, ihre Gelder, ihre Fiat-Währung auch durch den Bitcoin zu decken. Und das würde natürlich den Preis massiv in die Höhe treiben. Das stimmt schon. Ja, und dass man das eben als Ergänzung oder tatsächlich auch als Ersatz sehen kann, das kann definitiv eintreffen in den nächsten Jahren. Wennek entwickelte seine Gold- und Bitcoin-Preisszenarien, in denen es die aktuellen Goldreserven mit der globalen Geldmenge verglich. Die Vermögensverwaltungsfirma stellte fest, dass es viele Zentralbanken gibt, die gar kein Gold halten. So lege der implizierte Goldpreis in Japan beispielsweise bei fast 200.000 Dollar. Da haben wir gleich auch nochmal eine Grafik zu. Für das Vereinigte Königreich lege der implizierte Goldpreis bei mehr als 133.000 Dollar unter Verwendung der gleichen Berechnungen, die auf der globalen M0 Geldmenge basieren, sieht Wennek einen extremen Bitcoin-Preis von 1,3 Millionen Dollar. Bei Berechnungen auf der Grundlage der globalen M2-Geldmenge springt der Preis auf 4,8 Millionen Dollar. Ja, für viele, die jetzt da sagen, das ist überhaupt gar nicht möglich, das kann nicht sein und das ist alles nur clickbait-gedöns und unrealistisch. Und nein, das ist es tatsächlich gar nicht, denn gerade die Edelmetallmärkte, Gold, Silber, die sind noch viel, viel manipulierter, weit, weit nach unten manipuliert, deutlich stärker als Kryptowährungen oder generell Aktien, Finanzmärkte mit allem drum und dran. Sprich, der reelle Wert, den eigentlich jetzt Gold, Silber etc. hat, der ist weit, weit, weitaus höher. Ansonsten, ja, gerade so den Silberkurs, wenn da nicht unter der Hand so, so viel Kontrolle, auch durch JP Morgan beispielsweise laufen würde, da hätten wir lange einen Silberpreis von 200-300 Dollar pro Unser und nicht nur 25 Dollar. Und ähnlich sieht das auch mit dem Goldpreis aus. Also das sind tatsächlich absolut keine unrealistischen Zahlen hier eigentlich, dass wenn die Märkte nicht so krass nach unten manipuliert werden, der reelle Wert deutlich, deutlich höher ist. Und vor allem, wenn Staaten, Zentralbanken, die nicht durch Gold gedeckelt sind, das jetzt alles nachholen in den nächsten Jahren, dass wir dann tatsächlich massive Preisanstiege sehen können. Und genau das Gleiche, das gilt auch tatsächlich für den Bitcoin. Wenn jeder Bitcoin verstehen würde, hätten wir schon lange einen 1-Millionen-Dollar-Bitcoin-Preis. Also das sind wirklich, auch wenn das jetzt erstmal krass nach Clickbait und unrealistisch klingt, aber das sind tatsächlich keine unrealistischen Zahlen hier. Also das muss man ganz klar dazu sagen. Ja, dann geht es jetzt hier weiter nochmal darum, dass wir eher davon ausgehen, dass Staaten oder Zentralbanken dann schon eher Edelmetalle bevorzugen werden als Bitcoin. Ist relativ klar, Bitcoin ist nun mal noch nicht so anerkannt. Aber ja, das auf jeden Fall dazu. Dann haben wir hier in dem weiteren Artikel auch noch eine Grafik, die das Ganze zeigt. Nämlich hier, was wir aktuell eben an Wert haben und wo es dann tatsächlich hingehen könnte. Preisziele für Bitcoin und Gold, die sich errechneten, wenn das weltweite Geldangebot mit Goldreserven der Notenmarken oder Bitcoin dedeckt werden müsste. Ja, denn wenn das jeweilige Land sein Geld vollständig mit seinen Goldreserven deckte, würde der Goldpreis auf dieses Niveau ansteigen. Landeswährung umgerechnet in Dollar, je fein unser. Ja, da sehen wir nämlich hier auch, was im Artikel da schon stand mit Japan, da 200.000 Dollar. Also wenn die Staaten das wirklich so machen würden, das wird natürlich nicht so direkt passieren. Und wenn, dann auch nicht auf einen Schlag, sondern nach und nach, Stück für Stück. Und auch dann wird es dennoch manipuliert bleiben. Das heißt, dass wir tatsächlich in absehbarer Zeit, auch wahrscheinlich in 10 Jahren oder so, solche Preise nicht sehen werden. Davon gehe ich aus, das wird höchstwahrscheinlich so sein. Aber der reelle Wert, das wissen wir alle, der ist deutlich, deutlich größer, als er nun mal jetzt ist. Also wir haben hier, das wäre ein Goldanstieg von 1500%, beim Bitcoin noch 2700%. Damit sollte aber auch jedem klar sein, dass bei Bitcoin noch lange nicht der Zug abgefahren ist. Was ja immer alle denken, ja ach, das steht jetzt viel zu hoch und ich kann damit sowieso nicht mehr reich werden. Und das ist einfach der falsche Gedanke, denn auch beim Bitcoin selber ist noch extrem viel drin. Klar, es wird nicht mehr solche Sprünge geben, wie mal eben so von 3000 auf 60.000 hoch, wie wir es 2020 im Bullrun gesehen haben. Also es wird nicht, in einem Bullrun wird der jetzt nicht von 40.000 auf eine Million steigen. Ja, also die Luft da oben wird natürlich immer dünner. Das muss jedem klar sein. Aber nichtsdestotrotz kann man da immer noch viel erreichen. Und es sollte vor allem auch nicht der Reichtum immer so der Grund sein, um in Bitcoin zu investieren. Denn ja, wenn man vielleicht 1000, 2000 Euro nur zur Verfügung hat oder vielleicht noch weniger, dann wird man nicht mehr reich damit. Aber das sollte auch nicht das Ziel sein. Es sollte einfach sein, dass man das Geld sicher angelegt hat oder eben trotzdem noch eine Teilrendite fahren kann. Ja, weil 2700 Prozent, die da laut dem Artikel immer noch drin sind. Und 1,3 Millionen Dollar pro Bitcoin ist keine unrealistische Zahl. Insbesondere im Long Term 10, 15 Jahre voraus. Definitiv nicht. Wir werden immer mehr Privatanleger haben, die auch in den Bitcoin flüchten werden. Die es werden müssen. Denn die Welt kommt in Zukunft nicht um eine Blockchain-Technologie und damit auch Krypto und Bitcoin nicht drum rum. Gleichzeitig haben wir gerade einen Michael Saylor, der sich mit einem Do Kwan von Terra da ein Penisfechten liefert, wer das größte Bitcoin-Wallet bekommt. Von daher, das sind absolute Unsummen, die in den Bitcoin reinfließen werden. Und ich denke auch, dass sich sehr, sehr viele Großinstitutionen, Tesla beispielsweise, anschließen werden und mal eben so sagen, ja, hey, wir haben jetzt mal 1,5 Milliarden in Bitcoin gepackt. Ich denke, so Apple, Amazon, Microsoft etc. Es werden sich sehr, sehr viele dem anschließen. Definitiv. Es wird immer größere Privatinvestoren, Privatwallets geben, Staaten, die das gleiche machen, Zentralbanken, die genau das machen werden. Und stellt euch mal vor, das geht los. Die drucken einfach so 100 Milliarden aus und packen das in Bitcoin, wie sie es damals im Goldstandard gemacht haben, um den Krieg zu finanzieren. Ja, einfach, ja, Papiergeld aus dem Nichts erschaffen, 100 Milliarden ausdrücken, damit Gold kaufen und damit den Krieg zu finanzieren. Solche Geschichten. Und all das kann theoretisch auch für den Bitcoin passieren, dass sie genau das machen. Und dann werden wir absolut utopische Preise tatsächlich beim Bitcoin auch sehen und genauso natürlich auch weiterhin beim Gold. Von daher, ja, das sind definitiv Geschehnisse, die niemals von heute auf morgen passieren werden, die jetzt noch krass unrealistisch klingen mögen. Aber grundsätzlich sind das absolut keine unrealistischen Zahlen. Das sind alle Szenarien, die früher oder später definitiv eintreffen können. Denn wir müssen auch eines betrachten, Gold, Bitcoin, das sind beides, auch wenn es natürlich Edelmetalle, Krypto, ein Riesenunterschied ist, aber trotzdem sind beides wertsteigernde Märkte. Das heißt, rein theoretisch gibt es dort kein Open End. Das kann theoretisch bis ins Unendliche gehen und auch der zweite Wert dafür, den Bitcoin, wo es da 4,8 Millionen Dollar stand. Das sind Werte, die im Long Term nicht unrealistisch sind. Ja, wer hatte denn überhaupt gedacht, dass Gold mal 2000 Dollar erreicht, Anfang der 2000er Jahre, wo dabei 100, 200 Dollar pro Unze standen. Also von daher, wenn wir wirklich mal Long Term 10 bis 20 Jahre vorausrechnen, dann sind das definitiv keine unrealistischen Zahlen. Von daher, auch beim Bitcoin ist noch lange nicht der Zug abgefahren. Da ist immer noch viel Luft nach oben. Deswegen, ich gebe natürlich keine finanzielle Anlageberatung hier raus, aber ich kann euch immer nur sagen, wenn ihr wirklich Geld überhabt, was ihr nicht braucht. Beim Bitcoin der Zug ist nicht abgefahren. Man kann immer noch gut Geld damit verdienen, beziehungsweise gut Geld anlegen. Und hey, selbst wenn der in 5 Jahren nur 80.000 oder so erreicht, dann hat man beim jetzigen Preis immer noch mehr Gewinn gemacht, als jeder andere, der sein Geld eben nicht angelegt hat. Von daher, ja, man muss sich immer direkt die Millionen anstreben und so weiter, wenn man irgendwo in 5 Jahren, was weiß ich, 50 bis 80% oder so Rendite gemacht hat. Ey, Rendite ist Rendite, Plus ist Plus, Profit ist Profit. Das muss man immer ganz klar zu schätzen wissen. Von daher, Leute, ja. Lasst euch von solchen Zahlen nicht beirren. Das ist nicht unrealistisch. Das kann alles irgendwann eintreffen. Die Frage ist nur, wann. Und generell wird es natürlich auch ein Achterbahnweg. Das wird nicht einfach nur straight nach oben gehen. Es wird immer Crashes geben, es wird immer Korrekturen geben. Auch stärker, wie wir es vielleicht gar nicht denken mögen oder gar nicht haben möchten. Aber, ja, langfristig wird das alles keinen Unterschied machen, ob wir jetzt den Bitcoin bei 30.000, bei 40.000, bei 50.000 gekauft haben. Wir werden irgendwann utopische Preise sehen, die wir uns jetzt vielleicht noch gar nicht vorstellen können. Aber das auf jeden Fall dazu zum heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Höchstwahrscheinlich 18 Uhr heute Abend streamen. Ich hoffe, ihr seid wieder alle live dabei. Ihr könnt wieder Fragen stellen ohne Ende. Wir gehen sicherlich auch das Thema Edelmetalle nochmal an. Ich finde es momentan sowieso sehr, sehr interessant. Immer schön, wenn das Krypto-Portfolio rot ist, ist das Edelmetall-Portfolio immer schön am glänzen. Von daher, ja, das sollte man definitiv auch nicht außer Acht lassen. Von daher, wir sehen uns heute Abend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt es mir immer in die Kommentare. Liked das Video. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017